Hallo hier ist LIA 2004 mit einem neuen Video. Am Freitag startet ja die Bundesliga wieder. Da ist der FC Bayern ja zu Gast bei der Eintracht Frankfurt, also eben ein Aushaltspiel. Deswegen denke ich mal, dass da viele von euch wahrscheinlich nicht unbedingt im Stadion sein werden, sondern im Optimalfall natürlich meinen Stream am Freitag verfolgen werden. Ich zähle auf euch. Allerdings spielt der FC Bayern ja am zweiten Spieltag schon zu Hause gegen den VfL Wolfsburg und ich denke mal, viele, viele, viele von euch haben Bock endlich wieder ins Stadion zu gehen. Es gibt gar keine Corona-Beschränkung mehr in den meisten Stadien. Es ist volle Auslastung. Neue Saison, man hat wieder Bock. Und deshalb erkläre ich euch im Video, was denn ein waschechter Stadionbesuch beim FC Bayern München kostet. Auf geht's! Ganz wichtig natürlich, sowas wie, wie ihr da hinkommt oder eine Übernachtung oder so, kann kein Mensch berechnen. Deswegen lassen wir das raus. Und jetzt fangen wir an. Als allererstes natürlich, man muss passend gekleidet sein fürs Stadion. Und was ist da passender als ein Trikot? Das aktuelle Heimtrikot vom FC Bayern München kostet, so wie ich es habe, komplett blank, ohne eine Spielernummer, momentan 90 Euro. Wenn man ein bisschen mehr Hardcore noch gehen will, dann muss man leider noch ein bisschen mehr Geld investieren. Das ist aber eine einmalige Investition. Und zwar ein Trikotpreis mit Bundesliga-Logo. Also nicht, ah, das war der schlechte Arm. Hier an dem freien Arm das Bundesliga-Logo und hinten Spieler-Flock. Damit kostet das Trikot 105 Euro, also 104,95 Euro. Ist eine einmalige Investition, die sich, würde ich sagen, sehr, sehr lohnt. Wirklich eine gute Investition. Das heißt, Grundpreis würde ich sagen 105 Euro. Man könnte, wir könnten vielleicht sogar sagen, wir gehen auf 120 Euro, wenn man sich noch einen schönen Schal dazu kauft. Die kosten ja auch meistens so zwischen 10 bis 20 Euro. Wir sagen einfach mal in der Mittelwelt 15 Euro. Das heißt, wir sind bei Trikot plus Schal 120 Euro. Okay, dann müssen wir irgendwie auch in das Stadion reinkommen. Und da braucht man ein Ticket. Ich würde sagen, wenn ich ein richtiges Stadionerlebnis haben will, richtig so die Fankultur, dann gehe ich in einen Stehplatz. Man hat eine gute Sicht direkt hinterm Tor und man steht mit hunderten anderen, mit tausenden anderen Fans, die den Verein genauso supporten. Und ein Stehplatz-Ticket beim FC Bayern München ist echt nicht teuer. 15 Euro. 15 Euro kostet ein Stehplatz-Ticket, was echt nicht übel ist. Beim VfL Osnabrück habe ich, das ist dritte Liga, Stehplatz-Ticket von einer Woche 12 Euro bezahlt. Schade, ich habe es hier leider nicht mehr rumliegen, aber wirklich 12 Euro da. 15 Euro, also gar kein Problem. Das heißt, wir sind bei 125 Euro. Ich war einmal in der Allianz Arena bisher. Das war Champions League und ich hatte einen super Sitzplatz. Ich kann euch, glaube ich, mal ein, zwei Bilder vielleicht noch einblenden von meinem Trip damals. Champions League gegen Real Madrid, da hatte ich Kategorie 1. Ich habe es jetzt ja hier gerade eingeblendet. Das kostet 80 Euro. Ich würde sagen, wenn man ein normales Stadion-Erlebnis, sage ich mal, haben möchte und vielleicht dann doch, ja, gewillt ist, ein bisschen mehr Geld auszunehmen, dann kann man wahrscheinlich Kategorie 2 maximal machen. Aber mehr als 60 Euro finde ich schon wirklich sehr viel, obwohl im Prinzip, wenn man die dann ausgibt, dann kann man auch die letzten 80 Euro ausgeben. Also es kommt darauf an, wenn man wirklich einen Hammer-Sitzplatz haben möchte und das Spiel wirklich absolut verfolgen möchte, dann muss man 80 Euro in die Hand nehmen. Und dann seht ihr schon, wie der Preis variiert. Ihr habt es ja eingeblendet. Aber ich gehe weiterhin. Ich gehe mit dem waschechten Fan-Erlebnis und den 15 Euro beim Stehplatz. Damit wären wir dann bei 135 Euro. Und natürlich eine Sache, die dem Stadion einfach nicht fehlen darf, ist erstmal eine Bratwurst. Man braucht, wenn man ins Stadion geht, eine Wurst. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist so. Und während ihr sich irgendwie eine Pommes oder so kauft oder eine Brezel ist auch noch so. Brezel ist cool. Aber man muss eine Wurst im Stadion essen. So, das ist einfach, das ist Fakt. Wurst beim FC Bayern München leider einen Tacken teurer. 5 Euro muss man da investieren. Das heißt, nach den 15 Euro und den 120 Euro kommen da schon mal die nächsten 5 Euro drauf. Und fast noch wichtiger als die Wurst, zumindest für alle Leute ab 16, ist das Bier. Bier beim FC Bayern München kostet 5,50 Euro. Das heißt, dazu, ja, zu den bereits bestehenden 135 Euro kommen nochmal 10,50 Euro obendrauf. Das heißt, wir sind bei 145,50 Euro. Wenn man eben das Billigste nimmt. Ansonsten, falls ihr einen teuren Sitzplatz haben wollt, seht ihr es jetzt hier auch einmal eingeblendet. Ja, ist nicht ganz ohne. Allerdings müsst ihr bedenken, dass ihr dann ab dem zweiten Mal, habt ihr das Trikot ja schon gekauft. Das heißt, es ist quasi umsonst. Das kostet dann gar nichts mehr. Und dann habt ihr nur noch die 15 Euro fürs Ticket und die 10,50 Euro für Wurst und Bier. Ihr wolltet vielleicht noch eine zweite Wurst essen oder ein zweites Bier trinken. Und dann, ja, dann kommt ihr dann mit ungefähr 30 Euro hin für den Stadion. Besucht beim FC Bayern München. Was schon echt sehr, sehr cool ist. Wenn ihr regelmäßig im Stadion seid, dann schreibt mir mal unbedingt eure Meinung in die Kommentare, was ihr von den Preisen haltet und vielleicht auch, was ihr für Preise so bezahlt. Wenn euch das freuen, würde wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Zuschauer interessieren, die eben überlegen, jetzt nach langer Zeit wieder ins Stadion zu gehen, weil sie einfach lange nicht waren wegen Corona. Deswegen schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht zu viel an euch ins Stadion verliere, sondern dass ihr weiterhin aktiv bei meinen Streams dabei seid. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich wohne ein bisschen weiter von München entfernt. Für mich ist eine Stadionanreise sehr, sehr kritisch. Das sind dann schon mal irgendwie sieben Stunden Fahrt oder so. Deswegen bin ich da leider nicht so oft. Das eine Mal, als ich da war, war ein absolut, absolut geiles Erlebnis. Champions League gegen Real Madrid mit Hammersicht. Das war wirklich geisteskrank, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert den Kanal. Das nächste Spiel, wie gesagt, ist ja ein Auswärtsspiel. Deswegen seid da bei meinem Stream dabei. Freitag, 19.30 Uhr geht's los. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu befassen. Das war's von mir und ciao. Bis zum nächsten Mal.